So, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fortnite in der letzten Folge, ja, die war peinlich, ja, ich will nicht darüber reden, aber wir haben schon mal den Umhang freigeschalten, wo haben wir den denn? Da, Fundamentumhang, Moment, oh krass, den darf man, oh, warte, den darf man gar nicht verborgen, wenn nicht in Kombination mit dem Outfit das Fundament ausgerüstet, ach krass, das darf auch wirklich nur der Rock quasi tragen. Mega interessant, okay, pass auf, also wir haben das hier schon freigeschalten und jetzt sind wir einfach noch dabei, die anderen Sachen freizuschalten, genau, wir müssen noch Nahkampf machen, das haben wir gleich, dann haben wir auch gleich The Rock quasi, super geil, ja, nur noch Sanctuary besuchen, das heißt, den schalten wir heute auf jeden Fall frei und den Rest rekrutieren, ja gut, auch nicht so schwer, ich suche Drohnen oder Munitionskissen bei Cover, ja gut, das kriegen wir auch nur zu Schildträgen, okay, weißt du, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, die, die Sachen dürfen wir, glaube ich, so weit hinbekommen, schauen wir mal, das klingt nicht so schwer, ja, ich würde mal ganz kurz den Spind ändern, ich würde mal ganz kurz gerne als jemand anderes spielen, Kenji, ja, der ist nämlich voll cool, okay, let's go, like a ninja, ninja, mini ninjas, Weiß, kennt jemand, mini ninjas, schönes Spiel So Ab geht's, ja, wundervoll Eine Menge zu tun heute eigentlich In Fortnite Fortnite Ja, es macht schon so viel Spaß, der Wahnsinn So reingesuchte Zeit, Chapter 3 Okay, Fortnite ist Einfach mal wieder so ein schöner Shooter, den ich einfach schön suchte Ich hab sowas irgendwie vermisst, das ist ziemlich cool Ja Fesselt mich doch sehr, macht unglaublich Spaß, keine Ahnung Ja Mega interessant Also Ah ja Gut, können wir direkt hier landen und auf die Fresse kriegen Wir müssen aber dann noch über das Sanctuary irgendwie gleich Mal sehen, ob wir das hinkriegen Schauen wir mal Na, Kampfschaden müssen wir auch noch machen, darf man nicht vergessen Mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen oder wieder auf die Fresse kriegen Wir werden sehen Dieser Adler oder Falke, er ist so geil, ja Mega sweet So, was auch Zählt das? Ach, die Scheißmission muss ich auch noch abholieren Der Feind hat neue Spione angeworben und ich wüsste gern, wer das ist Die Montur der IO Woher hast du denn eine Waffe? Hä? Woher? Der ist doch gerade mit mir gelandet Was? Ich pack mein Leben nicht Ich, ich pack's nicht Was zur Hölle Ich ralle mein ganzes Leben nicht einfach Ich meine, okay, ich habe auch sehr oft einfach eine Waffe, wenn ich gelandet bin Aber der war ja noch nicht einmal Da, da lag doch keine Bin ich, was, was ist passiert? Egal Ich habe die erste Mission schon fertig Also, Nahkampfschaden Da haben, da hatten wir nur noch einen Angriff gefehlt Das habe ich Alles andere ist mir egal Mir geht es jetzt erstmal nur um die Fundamentgeschichten hier Ich will den Rock freischalten So, fertig Scheißwurst Was auch immer da schon wieder passiert ist Meine Herren Ja gut, weiter geht's Nächste Aufgabe Okay Ja Schön Toll Toll Die Runden gehen immer sehr lange Der Wahnsinn Wahnsinn Gut Gut Also Fundament Ja, ja, klar Rekrutiert Ich suche Ja Eine fehlt noch Guck mal Muss ich das eigentlich machen Auf ein neues Beschissen Einfach Okay, mal sehen Ob ich mich Guck mal, da ist auch ein Tunnel Mal sehen, ob ich mich da reinschleichen kann Einfach Ja Oh, dieser Falke einfach Ehrlich Voll cool Mag ich voll gern Ich glaube, das Kreischen hören, Leute Oder? Ich meine Das ist dann wieder Contra So, gib mir das Jetzt sagt mir endlich die Mission hier Der Feind hat neue Spione angeworben Und ich wüsste gern, wer das ist Die Montur der IO-Wachen Kann die eigenen Agenten erkennen Also, ähm Könntest du eine von ihnen ganz sanft, behutsam und dauerhaft eliminieren? Besten Dank Klingt gut, ja Bring mir die Schlüsselkarte der Montur Und wir tun so, als wäre das nie passiert Okay Klingt ja interessant So Infiltrierungs-like, ne? Ja, was muss ich jetzt machen? Die Aufgabe wird mir nicht gesagt Saison Eliminiere einen Agenten Des imaginierten Ordens Also IO, um an dessen Datenkarte zu kommen Äh, okay Probieren wir unser Glück, wa? Wenn die jetzt nicht hier schon alle wegrasieren Ich glaube nicht Ich habe mich wieder nur Kack-Waffen Oh yeah Geschafft Oh, das hat ja gut geklappt Äh Wie wär's, wenn du die Scheiße mal aufhebst, bitte? Das ist die Karte Schnell, jetzt lauf von deinen Problemen weg Hä? Okay, das habe ich auch erledigt Scheiße, ich muss hier wieder raus Oh Oh, geil Sehr gut Hinterlasse die Datenkarte bei einem toten Briefkasten Was ist denn ein toter Briefkasten, bitte? Äh? Toter Briefkasten? Äh, äh, was? Keine Ahnung, ich, ich gehe hier, ne? Ciao Keine Ahnung, was die von mir wollen jetzt gerade Toter Briefkasten? Was? Was ist ein toter Briefkasten? Ich muss gleich gucken gehen Ich muss erstmal nur in den Busch Okay Mich hat keiner gesehen Äh, nein Was? Toter Ah, okay Da, da ist irgendwas Da ist einer Dann gehe ich da hin Aha Toter Briefkasten Aha Okay, wir haben die Datenkarte Wahrscheinlich will das Fundament sich ins I.O. Einschleusen quasi da mit der Karte, oder? Klingt zumindest danach, ne? Wir haben das so geklaut Ja Sodass das halt quasi erkennt Hat er ja gesagt Die Montur erkennt, dass das zu denen gehört Ja, wahrscheinlich will das Fundament da irgendwie Das wird sehr interessant Na, wie wir schon quasi So Lika so ein bisschen gesagt haben So von wegen Oh lol Ah, ja Ja, wird es wahrscheinlich halt schon zu so einem Krieg kommen Zwischen I.O. und Fundament dann so Chapter 2 oder so Hä, wie cool Hä, wie geil ist das denn? Ja, dann tu mal wichtige Dinge tun Wie geil ist das denn bitte? Okay, geil Schön Dann hätten wir das jetzt auch geschafft Sehr schön Uiuiui Bin so auf Chapter 2 gespannt Nee, Season 2 Nee, Chapter 2 Nee, bin ich jetzt blöd? Es ist Nee, Season Entschuldigung Chapter 3 Season 2 Ich bin auf Season 2 gespannt Nee, es tut mir leid Das meine ich natürlich So Dann nochmal Muni Nee Meine Herren Ich hab's überlebt Diesmal Sehr gut Gut Ja, gib mir das Besser als nischt Bzw. besser als grau Und dann Wollen wir mal Boah, das ist jetzt wenigstens Eine Runde auch Richtig So muss das Okay Mal sehen, wie weit wir überleben Lass mal das Was ist denn das da? Eine Klingel? Nee, was ist denn das da jetzt? Hä, war das schon immer da? Lol Hä, jetzt ist es weg Ich müsste noch einen Tresor finden So einen kleinen Ich kann den da unten ja jetzt nicht alleine öffnen Vor allem hier ist ja niemand Lustigerweise Oder eher interessanterweise Ich könnte das aufmachen mit so einem Mit einem Tier oder so Auch mega witzig Oh ja, bitte Ach, ja, schön Ah, Glück die Glück Genau, ist ja auch eine Aufgabe Genau Zwo von vier Ja, guck mal, ey Mega Mal sehen Ob ich da irgendwie Vielleicht Kann ich da mit einem Tier hin? Ich denke nicht Ich denke nicht Das ist jetzt zu aufwendig Glaube ich Äh Was? Ich würde einen Riss nehmen einfach mal Warte mal Ich musste Oh nein, Sanctuary Oh nein, scheiße Ops Oh wow Ah, jetzt Äh, was? Weiß nicht, ob ich jetzt da so hinkomme Womöglich nicht Zwischen weit Aber ich will's Ich will's versuchen in der Runde jetzt In der Folge und alles Äh Sind hier nicht irgendwie Spideys? Bin ich blöd? Hätte ich mir jetzt auch Oh Gott, ich bin so blöd Ich glaube, die waren nicht weit weg Auch egal Äh, warte mal Die Hütte Dann sind doch Da hinten Ist das nicht Moment mal Dann ist da glaube ich Den Fluss und lang sind Spideys glaube ich Äh Meine Was Ich glaube So sollten meine Bänder nicht sein Oder kann das Das sieht komisch aus Steife Bänder Oh wow Oh ja Das liebe ich ja immer Oh mein Gott Das ist immer nervig Also was haben wir hier Oh ja Nehm ich Nehm ich nicht Das zählt ja glaube ich nicht Ne Ich brauche Ich muss ja eigentlich Schlürfsäftis trinken Eliminiere BbH RKD Wer ist denn das? Oh scheiße Jetzt ist da schon der Sturm Ach weißt du was Das ist mir scheißegal Ich gehe da jetzt Trotzdem hin Ganz ehrlich Ist mir jetzt wurscht Diese Fundamentaufgaben Die haben jetzt ziemlich Vorrang Ich will das Ich will die Rock Und so freischalten Das bedeutet auch Ich muss das so machen Und so Oh ja Ne seltene Truhe Putz Geil Das war ne Havenaufgabe Boom Sehr schön Hätte ich das jetzt auch erledigt Voll geil Ich muss immer noch hier hin Wo ist da? Wo ist mein Ping? Da Eine Minute habe ich noch Hoppsa Jawohl Immer weiter Immer weiter geradeaus Ja Oh sieht so geil aus Das Spy dann Jetzt auch mit den neuen Animationen noch viel besser Einfach Dahin ist ein Gegner Aber ist mir egal Ein Klombo Oh schade Das habe ich jetzt verkackt Okay Komm Komm No Sanctuary Jetzt Wir haben es Wuhu Geil Haben wir das jetzt auch schon erledigt Jetzt haben wir das Outfit frei Wow Neues Gut Was passiert da eigentlich? Entschuldigen Sie mal Junge Was zum Fick? Oh ne mythische Du kleiner Pisser Der hat sich die von Rock einfach gesnackt So ein Pisse Oh die Es rotzt alles so rein Oh der hat mich aber echt schnell gesnackt Die snacken alle plötzlich so schnell Ich verstehe das nicht ey So krank einfach mittlerweile Ach scheiße man Ganz ehrlich Ich konnte nicht mal mehr bauen Da ging nix mehr Naja gut was soll's Was auch immer Was auch immer Wir haben Mehr freigeschalten Darum geht's ja Ne Ja Das ist die einzige Mission Naja Guck mal Also Ja danke Weiß ich Tada Wir haben Den Plasma Stachel Des Fundaments Wir haben das Fundament An sich Ja Und auch Ja gut Das da auch Super geil Und Haven Richtig Irgendwas haben wir jetzt Was haben wir denn Da Irgendwie da irgendwas Ne Glaube ich Den Hund Oder so Irgendwas haben wir jetzt da auch noch Sehr sehr schön Wir haben das Fundament Voll geil Äh Können wir schon mal ausrüsten Oder Da Das Fundament Plus Wir haben das Den Plasma Stachel Geil Oh ja Ja und halt den Stinger hier Klar Aus und an visieren Ja Integriert ist die Mord Müssen wir aber erst freischalten Äh Ich lass mal so Ich speichere das irgendwann später dann Wenn das voll ist Dann speichere ich das als Slot Und pass mal auf Was noch Ja Gut das ist jetzt nicht so wichtig Aber hier Ne Das wäre zum Beispiel ganz cool noch Und da weiß ich auch genau Wo ich landen muss Und Hier jetzt noch Seite gesperrt Ja aber warum Wahrscheinlich muss ich alles freischalten Hier oben oder Fordere zwei Aufträge ein Um die Seite freizuschalten Zwei Ja gut Dann muss ich hier alles erst Sehr gut Okay Dann Kümmern wir uns Nächste Folge Um das hier Machen wir einfach Oh der Gleiter Der wird auch super Ja Okay Leute Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder So Dank und Tschüss Euer Gekko Bye 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 Bye